Hast du irgendwelche Erinnerungen an Alex? Ganz ehrlich? Im Grunde weiß ich von ihm nur, was er getan hat. Seine Leiche wurde nie geborgen, wie bei einem Astronauten, der im Weltraum verschollen ist. Ich weiß noch, wie Conrad vor meiner Tür stand. Was konnte ich tun für Alex? Wie konnte ich mich um ihn kümmern? Dann bekam Conrad einen Anruf. Er sagte, sie müssen es sein. Es war, als ob er wieder zum Leben erwacht wäre. Du rechnest nicht damit, den Körper deines Helden jemals in so einem Zustand zu sehen. Man kann jemanden verlieren und trotzdem jemand anderen lieben. Weil vielleicht Dinge ins Licht kommen. Und ich nicht weiß, ob wir damit klarkommen. Sch Sch Vielen Dank.